ja warte mal also mit der iron jetzt ist er immer noch da schaut denn aus kann ich schnee schippen mein gott schaut auch schon ein schlachtfeld so meine butlerin Ich hab doch mal an die Kopf, oder? Frau Butlerin. Will die Furt, oder? Warte mal. Gleich mal die Dienste anrufen. Wieso, wie kommt der da her? Ich glaub, der muss bei Gelegenheit umsteilen. 51 Simoleons, aber nicht fäh. 25. Geht zur Arbeit. So, wir müssen die mal wieder arbeiten, ha? In 21 Stunden. Wahrscheinlich am Montag. Truppenleiter, oh. Da hört Truppenleiter schon. Und, da, Mikey? Zwei von drei Sims befragt. Ey, warte mal. Gehen wir da rum. Ja, mal noch ein bisschen was tun, geh. Sein rennt ja ein bisschen. Ja, sag mal, wie gerendet er ja schön. Ja, das ist ja schön. Warte mal, den seht doch schön, sie tanzen. Sag mal, Hubertus. Wollt ihr nicht telefonieren? Moment. Warte mal, den schuldigen, Baby. Jetzt muss ich schnell mehr telefonieren. Er tut was ja schön. Der Domingo. Ein Butler, was? Der ist fuert schön. Der Hund, der. Brauch neuer. Mikey, wie schaut denn aus? Schau, mich ist hier. Warte mal. Die Trudi, bleib mal da. Nein, warte mal. Mit dem da. Räulein Trudi. Du Rimpf, ich geh mich eh da. Schlittschuh laufen. Was, du viele? Die zwei da. Ja, so mit, du blöde Kuh. Was habe ich gekriegt? Der wöchentliche Lohn. Respekt. Wahlbetrug. Die Wählerliste im Rathaus. Waren wir gleich. Beide auf, gehen wir da oben. Oh, du auch nicht. Der Teich ist zu klein. Ja gut. Dann schauen wir uns heute die Wählerliste noch. Um Gottes Willen, schau dich um, Mikey. Ein noch der Rentner, gell? Wo soll denn das sein? Die Mausikatze, oh Gott. Mit die Ohrsteine, wo tut denn die? Daher Truppenleiter. Gitarre. Warte mal auf. Kollege, warte mal. Wie ist das? So, wie schaut denn aus mit der Butlerin? Habe ich schon nicht. Er klimpert, ja gut. Level 6, jawohl. Die Carla, achso. Die wird nicht so viel geht. Du, die Birer. Wer kommt da? Die Carla. Warte mal, du kannst mal ihm wieder Biri schreiben. Du, wie schaut denn aus? Schreiben. Und zwar schreiben wir ein Meisterwerk. H135. Die wollte doch hochladen, oder? Wer wäre denn das da? Was am Friedhof? Oh Gott. Äh, wie heißt das Buch? Das heißt? Es. Das Meisterwerk. Das wird ein Bestseller. Wird der heißen. Der Julio Langbein. Ja, sag ich mal. Wer darf, der braucht ein Bett. H135. Die möchte doch kochen lernen, oder? Oh. Dramatik. Warum? Was ist los? Wer stirbt? Hä? Achso, schon. Um Gottes Willen. Wo? Ah, da rummert. Moment. Nicht trauern. Wo zapfen. Hört er's. Den zacken ab. Oh. Oh Gott. Da geht das Geheule wieder los. Der Mephisto ist topfer. Alles glaub ich ihm. Ne, schon wieder. Zwei Tage lang. Oh Gott. Oh Gott. Das war der Wilde, gell. Was tue ich mit dem? Schau mal da ruf. Guck das. Oh Gott. Oh Gott, reiß ich euch zusammen. Das ist Geheule, gell. Moment. H135. Du willst doch kochen, oder? Gabelbeer, reiß ich zusammen. Wir kochen heute. Hot Dogs. Oder Tofu Hot Dogs. Nein. Reiß ich zusammen jetzt. Wuschi, geduschen. Ich bin gescheiter. Ja. Nach Hinweisen suchen. Und so auf dem Friedhof. Der Summe, dollos. Viva la Revolution. Der Schluch, Noah, Vampir. Der Summe, bum. Der Vermietmacher. Wird das? Nein. Halt auf. Wir protestieren. Für mehr Freiheit. Der ist schon da unten. Entspannung pur. Entspannung Seminar. Ja gut, machen wir. BW hat. Nein, die mag ich nicht. Die hat mir zu weit. Marty Keaton. Der ist eine Schlawiner. Warte mal. Aber wo bin ich jetzt? In der Wildnis. Unterricht geben. Gehen wir um. Und der Mikey tut protestieren. Sagt das? Wollt der Mikey krank? Oh. Wird das auch noch? Aber nicht ein Bein. Macht jetzt nichts aus. Gehen wir. Der ist hart wie Stahl. Verkeimt. Zur Tugelung. Ja gut. Wahrscheinlich stirbt er noch ein Kripp. Geh. Moment. Wir suchen. Adler heißt. Ach so. Da wohne ich. Ja. Was treibt denn jetzt da raus? Telefon. Moment. Ich bin ja im Klo. Und auf den Scheißer wird nicht telefoniert. Die Blair. Mein Gott. Die Blair. Tanzen. Nein, nicht gut. Er ist krank. Ah, der Mikey. Hat er schon was? Ja, schau mal. Das hier. Eski muss auf den Friedhof. Nach Hinweisen suchen. Wo sind denn die? Auf den Eis. Erstatte River McIrish Bericht. Ja gut. Wir erstatten. Aber gleich. So. Wie ist da was los? H1,35. Wo tun sie? Die tanzt wie dummisch, gell? Energieschock. Die Blair. Na gut. Blair, gehen wir hier. Wobei, die kann gleich nicht mehr. Energie geladen. Wie geht denn das? Es wird schon. Wo ist die Schinderei? Nein. 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 Wer will die jetzt? Sieh da. Wozu erkennt die? Was? Krebs? Nein. Eis und Spaghetti essen. Warum? Ach so, weil die schwanger ist. Na gut. Eis. Und Spaghetti. Wo haben wir die? Nein. 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 Nö. Nö. isses. So. Ich schmeckt dir, ha. Jetzt frisst dir. Der Gammelbärzschluff, gell? Ah, so weiter draußen. Ich weiß nicht, dass krank werden. Nein. Mega hoch3000. verstehe aber die kanälen wollen was essen man reste immer gut